And you say, I will be the one to let this go! Hm. In mir war nix gesagt. Wie ich weiß. Scheiße. Ich will mich beruhigen. Oh, das war jetzt gerade wirklich WTF-Moment. Ah ne, warte mal, wir hatten ja hier oben noch die Dosen. Kann ich die Uhr sehen? So, so umstoßen? Nö. Ja. Mensch, Dreischutz diesmal. Ich bin echt so doof zum zählen. Aber ich hätte zwar wahrscheinlich nicht von so nah da machen dürfen. Weil wir halt auch hier kein richtiges Ziel haben. Das fällt mir jetzt gerade alles auf. Ach stimmt ja, das war ja das eh noch was gefackelt hatte. Kann ich alles mitnehmen? Na, wo seid ihr Jungs? Oh, das war gerade meine Rettung. Der ist weg. Los, 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 los. Ja. Ja. Hei, 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 hei. Der Schock sitzt immer noch tief. Alla. Puh. Schon wieder. Könnte ich mal nicht. Das ist der andere. Der hier drüben war. Ha, ich wusste es. Oh. Puh. Weiter geht's. Wir werden gleich nochmal kommen. Oder auch nicht. Wenn ich jetzt mal hier hingehen. Cordran Lake. 1, 2, 3, 4. Oh, schön wieder mitnehmen hier. Cordran Lake. Cordran Lake. Cordran Lake ist ein... Ist der... Acht tiefste See der Welt. Und ein... Calder... Was? Calderasee. Der sich in einem... In einem Vulkan-Krater gebildet hat. Der Vulkan kann als aktiv eingestuft werden, ist jedoch seit dem vulkanischen Erdbeben von 1970 nicht ausgebrochen. Doch selbst dann war die unterirdische Aktivität vergleichsweise gering. Es entstand zwar Sachschaden, Todesopfer gab es aber jedoch nicht. Cordran Lake ist einer der schönsten Plätze in der Gegend von Brightfalls. Amal im Markt. Um ihn ranken sich viele Sagen und Legenden der Einheimischen. Der See ist ein beliebtes Erholungsziel für die Bewohner des Gebiets. Merken wir. Erholungsziel. Wo ist denn der See? Das ist dort vorne, kann doch nie unten immer der ganze See sein. Ähm... Da hinten geht's nicht weiter, oder? Ne, wir müssen da lang. okay achten ziel ist das natürlich nicht es könnte hier oben sein wieder irgendwo ein sessel irgendwo ein stuhl oder so alter die aussicht ich gefällt mir immer wieder zwar nicht bei nacht aber mittag aber hier ist nichts keine thermosflasche auf dem stuhl weg mit dir ich will nicht kämpfen jetzt nicht so eine brücke renn ich darf wohl nicht rennen was was weg mit dir das war immer zu viel Batterien mal mit nachfüllen der ist weg die waffe ist gut 16 schluss haben wir noch bedenken drei brauchen wir also zwei brauchen wir momentan bloß noch bei den kleineren 3 3 bis 4 oder 5 schüsse brauchen wir bei den größeren also das heißt einen großen können wir da ist die kiste wer weiß was er hier noch lungert leuchtpistolen muni wieder eine leuchtpistole also leuchtpistolen muni können wir uns können wir jetzt so eigentlich gut ausgeben hätten wir gerade vielleicht machen können so ich hoffe mal ich luft hier richtig sieht so aus was stop da ist was da müssen wir auch lang eine seite Mott am Cauldron Lake Mott hatte alle von Stuckys Miethütten überprüft nirgendwo eine Spur der Wakes es war dunkel als er ihren Wagen am Ende der Straße am Cauldron Lake fand das ergab keinen Sinn sie mussten falsch abgebogen sein aber es gab keine Spur von ihnen und der Wagen stand dort schon seit Stunden Mott stand frustriert auf dem Überrest der Fußgängerbrücke die einst zur Divers Isle geführt hatte bevor sie versunken war der Boss würde nicht erfreut sein Mott war glaube ich der einer der uns den Schnüssel eigentlich geben sollte glaube ich zumindest was Ducky ich sehe schon gar nicht mehr durch mit so viel lauter Namen durch die Bergruine gehen oh man der will der will dass wir zum Mirrors Peak kommen und weißt wir müssen hier irgendwo durch hier ist es irgendwo ach hier oben ist ich lang drücken drücken das ist ja erstoßen nicht drücken ja gut treten Puh staubig was ist das denn hier für ein Gebäude nein hier tummelt sich nix sicherlich nicht und was hat sich gerade drinnen bewegt das habe ich im Augenblick hier gesehen da unten können wir rein ich schaue mich jetzt mal draußen um ich hoffe ich finde nicht schon wieder so eine komische Bärenfalle da ist einmal Thermos Flasche aber da kommen wir nicht ran gut kommen wir erst danach ran Mensch was ist denn noch du sprichst mit mir auf TV du sprichst mit mir auf TV Tom was heißt das Tor ich vermisse dich Tom schreibst du das Tom 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 oh hier ist noch ein oh hier hat jemand Langeweile gehabt ich verfluche dich Thomas sein Tom 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 alles nur Tom hier I miss you. What the fuck? Was ist hier los? Habe ich irgendwas Falsches getan? Was war das? Irgendwas ist hier. Man schnauft. Es atmet. Das können wir nicht öffnen, ja nicht, nein. Puh, das war der Tom-Raum, würde ich mal... Oh, Munition. Boah, wir brauchen hier definitiv gut Munition gleich. Schrot finden, Muni. Puh, du, 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 du. Ich laufe mal mehr so im Zickzack. Bleib ruhig, Brauner. Ganz ruhig hier. Ich will nur hier wieder raus. Ich will eigentlich gerne raus, aber ich muss hoch, wahrscheinlich. Und dann von oben... Ah, ich bin schon draußen. Hier ist nichts. Eieieiei. Oh, hab ich mich ja verjagt. Äh, dazu bräuch' ich. Das war's. Das war's.